Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Lesung des Buches von Alexander Hislop von Babylon nach Rom. Ich bin Jörg von YouTube Channel Jogler66 und nachdem ich letzte Woche diese erste Aufnahme gemacht hatte und gesagt hatte, dass ich gerne dieses Buch in Deutschland lesen, in Deutsch lesen würde, für meine deutschen Brüder und Schwestern, habe ich so eine überwältigende Zustimmung dafür bekommen, dass ich kaum erwarten konnte weiterzumachen. Aber leider musste ich nebenbei noch ein paar andere Dinge tun und habe jetzt erst heute Zeit gefunden, eine weitere Aufnahme zu machen und ich werde mich heute der Einführung in das Buches von Babylon nach Rom von Alexander Hislop widmen. Die Einführung im Grunde ist nur zweieinhalb Seiten lang, also das wird nicht so lange dauern, nur ich habe ein paar Bemerkungen dazu zu machen. Und diese Bemerkungen fange ich sogar, bevor ich damit lese, schon mal an. Ich möchte gerne mal benachdrucken, dass die Menschen begreifen, wie wichtig, wie unglaublich wichtig, das prophetische Buch von Daniel ist, im Alten Testament zu finden. Ich spreche nicht nur, und da werde ich sicher mal ein eigenes Video drüber machen, über Daniel Kapitel 9, dessen verkehrte Auslegung dafür gesorgt hat, dass heutzutage 99% derjenigen, die sich Christen nennen, an einen Antichristen glauben, der nicht biblisch ist. Gott hat unglaublich viel Mühe gemacht, uns im Alten Testament zu erklären, dass alles auf Christus hinausläuft. Das ganze Opfersystem, das die Israeliten eingehalten hatten, die Jahre durch, das Opfern von Lämmern, Ochsen, Tauben, wie auch immer, diese ganzen Blutopfer, die gebracht wurden, die im Alten Testament beschrieben sind, liefen alle nur darauf hinaus, dass einmal das perfekte Lamm kommen wird, das sein Leben gibt für die Sünden der ganzen Welt. Und wir lesen dann das Neue Testament, das Evangelium von Johannes, Markus, Lukas und Matthäus. Und das ist seine Arbeit, die angekündigt wurde, ziemlich genau, man konnte ziemlich genau feststellen, wann Jesus die Erde bewandeln würde, in Daniel Kapitel 9. Und da werde ich auf einem anderen Video ganz sicher mal darauf eingehen. Aber nicht heute, das wäre zu weit abschweifen. Aber das ganze Buch Daniels, das in total elf Kapitel befasst, wenn ich mir jetzt nicht irre, ich habe es jetzt nicht vor mir, spielt auch keine Rolle, elf oder zwölf Kapitel hat das ganze Buch Daniel. Das spielt sich die ganze Zeit in Babylon ab. Und da wir von diesem Buch hier ja lesen, von Babylon nach Rom, ist es meines Erachtens auch wichtig, dass man ein bisschen weitere Kenntnis darüber hat, was Babylon war, wofür es stand und wie es zustande kam und wer da alles eine Rolle spielte. Und wer Daniel und wer die paar anderen Personen seien, die ich heute eben noch erwähnen werde, die mit Daniel in der Gefangenschaft waren, abgesehen jetzt davon, dass die ganzen Israeliten damals gefangen waren, aber es gibt noch so bekannte Namen wie Shadrach, Meshach und Abednego. Und auch über die werde ich heute ein wenig eingehen, dass ihr da ein bisschen mehr Kenntnis über erwerben könnt. Also ich werde nicht nur die Einführung lesen, sondern auch ein bisschen in das Buch von Daniel mit eingehen, was ich sehr, sehr wichtig finde. Und nicht nur ich finde das Buch von Daniel sehr wichtig. Ich möchte jeden doch mal eben daran erinnern, dass vor allen Dingen wir, die wir unsere Wurzeln in Deutschland haben, auch wenn Deutschland in der Zeit, wo es das Heilige Römische Reich deutscher Nation war, von 800 irgendwas nach Christus bis 1800 und das tausendjährige Reich, dass Deutschland damals erz-erz-katholisch war, okay. Aber trotzdem ist aus diesem erz-katholischen Land, aus dem Herzen im Norden, im Nordosten genauer gesagt, des Landes, die Reformation gekommen. Die Reformation, die das dunkle Zeitalter beendet hat. Und mit dem dunklen Zeitalter meine ich nicht, dass die Leute damals keine Kerze hatten, um Licht zu machen, wenn es dunkel war in ihrem Haus. Nein, sie hatten kein Licht, um eine spirituelle Kerze anzuzünden. Die Leute hatten damals das Wissen der Bibel nicht. Und deswegen nennt man das das dunkle Zeitalter. Nicht, weil wir keinen Strom hatten, sondern weil es spirituell dunkel war. Die Menschen hatten die Bibel nicht. Wenn sie etwas über Gott wissen wollten, mussten sie in die Kirche gehen und sich von den Priestern irgendwas erzählen lassen, was sie mal glauben mussten. Weil wenn die Bibel gelesen wurde, überhaupt, dann war es in Lateinisch. Wenn Messen gehalten wurden, dann war es in Lateinisch. Und wer konnte schon Lateinisch? Das normale Bauernvolk konnte das nicht. Und was ihr begreifen müsst, wo ihr mal wirklich geschichtlich zurückdenken müsst, dass in der Zeit, in der Rom so souverän die bekannte Welt damals regiert hat, dass es in der Zeit, wie, was wollte ich denn jetzt sagen, nur zwei Klassen gab. Es gab die arbeitende Klasse, es waren die Bauern, und es gab die Edelklasse, die Herrschenden. Was die Reformation uns schlussendlich gebracht hat, ist die Mittelklasse, die seit Jahren, das merkt ja wohl jeder, wo es in dieser neuen Weltordnung hingeht, die seit Jahren abgeschafft wird. Stichwort Globalismus. Was ist denn das? Das ist doch nur das Zusammenfügen von vielen Kleinen in eine Große. Die Großen kaufen alle Kleinen auf, bis keine mehr da sind. So, in der Schule habe ich mal gelernt, das führt zum Monopolismus. Und Monopolismus in der Ökonomie ist nicht besonders gut. Weil, dann bestimmt der Verkäufer den Preis. Ich will jetzt gar nicht allzu weit abschweifen, aber man muss halt immer mal ein bisschen das Gesamtbild sehen. Und diese oftmals so besprochene neue Weltordnung ist im Grunde ja nichts anderes, als die alte Weltordnung wiederhergestellt. In der alten Weltordnung, bis vor die Reformation, hatte der Papst die totale Kontrolle über die bekannte damalige Welt. Und die Reformation hat ihm das genommen. Weil die Leute auf einmal die Bibel für sich selbst lesen konnten, in ihrer eigenen Sprache lesen konnten und verstanden hatten, Hey, wir haben ja einen König. Das ist Christus. Wir haben ja einen Herrn. Wir haben einen hohen Priester. Das ist Jesus. Und nicht der Papst in Rom. Das konnte man aber erst wissen, wenn man die Bibel für sich selber lesen konnte. Deswegen ist es so wichtig. Und deswegen ist es auch so wichtig, die richtige Bibel zu haben. Wie gesagt, ich stehe auf dem Standpunkt, ich lese nur die englische King James von 1611, aber auch die Lutherbibel von 1545. Und ich sehe an den Übersetzungen, die hier in diesem Buch von Alexander Hislop gebraucht wurden, dass das die Übersetzungen von der King James 1611 sind und die der 1545er Lutherbibel sehr nahe kommen. Von daher gebrauche ich die auch. Also ich will nur mal eben sagen, die neue Weltordnung ist nichts anderes, als die Wiederherstellung der alten Weltordnung, in der der Papst souverän regiert hat. Und mit Hilfe der Jesuiten, die als Konterreformation gegründet wurden, schafft er das auch. Und darüber können wir ja gerne mal ein anderes Video machen. Ihr könnt ja gerne mal Vorschläge machen, was ihr mal über die Jesuiten hören wollt, ob ich mal den Jesuiteneid vorlesen und besprechen soll, ob ihr mal ein bisschen über die Geschichte der Jesuiten hören wollt. Ich habe mir schon vorgenommen, ein weiteres Buch hier nachzulesen, das über die Jesuiten geht, von Edmond Paris. Habt ihr vielleicht schon mal von gehört. Aber erst mal muss ich natürlich durch dieses Buch, was ich noch gar nicht angefangen habe, deswegen fange ich jetzt an mit der Einführung. Und bitte kommentiert, was ihr davon findet. Euer Feedback ist für mich interessant, weil darüber kann man dann mal diskutieren, wenn man nicht über grundsätzliche Dinge diskutiert, weil vergesst nicht, ich nehme als Basis meiner Autorität, was ich sage, nehme ich die Bibel. Und die Bibel kann nicht diskutiert werden. Sie ist das einzige wahre Wort Gottes. Und das kann man nicht diskutieren. Darüber kann man debattieren, wenn der eine das so versteht und der andere das so, und kann dann vielleicht zu einem Einverständnis kommen. Aber man kann die Wahrheit nicht diskutieren. Und die Wahrheit macht keine Zugeständnisse. In der Hinsicht, dass die Wahrheit keine Kompromisse zulässt. Die Wahrheit ist die Wahrheit. Ob sie dir gefällt oder nicht. Das ändert sie nicht. Du kannst akzeptieren, ob du damit leben willst oder ob du sie ignorieren willst. Das ist deine freie Wahl. Aber das ändert nichts an der Wahrheit. Nun gut, fangen wir an mit der Einführung des Buches von Babylon nach Rom von Alexander Hislop. Und das fängt an mit einem Zitat aus der Bibel, Offenbarung Kapitel 17, Vers 5. Zitat Zwischen den Werken des Menschen und den Werken Gottes besteht ein so großer Unterschied, dass eine sorgfältige Untersuchung und Forschung, die die Fehler und Unvollkommenheiten der Ersteren aufdeckt, gleichzeitig auch die Schönheiten der Letzteren ans Tageslicht bringt. Würde man die feinste Nadel, die je ein Mensch geschliffen hat, unter einem Mikroskop beobachten, könnte man viele Unebenheiten, viel Raues und Grobes sehen. Betrachtet man hingegen die Blumen des Feldes unter dem Mikroskop, so sieht die Sache ganz anders aus. Anstatt einer Beeinträchtigung ihrer Schönheit entdeckt man sogleich neue und sogar noch zartere, faszinierendere Formen, die dem bloßen Auge entgangen sind. Es sind Schönheiten, die uns die volle Kraft der Aussage des Herrn in einer Weise schätzen lassen, wie wir uns sonst kaum eine Vorstellung davon machen könnten. Schaut die Lilien auf dem Feld an, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Zitat Ende, das kommt aus der Bibel. Dasselbe Gesetz gilt auch, wenn man das Wort Gottes mit den größten menschlichen Errungenschaften vergleicht. Auch an den am meisten bewunderten Errungenschaften des menschlichen Geistes gibt es Flecken und Makel. Je mehr jedoch die Heilige Schrift erforscht wird, je sorgfältiger sie studiert wird, desto mehr tritt ihre Vollkommenheit in Erscheinung. Neue Schönheiten werden jeden Tag ans Licht gebracht und die Entdeckungen der Wissenschaft, die Forschung der Gelehrten und die Arbeit der Ungläubigen wirken alle zusammen, um die wunderbare Harmonie aller Teile sowie die göttliche Schönheit zu veranschaulichen, die das Ganze umgibt. Ich möchte hier mal eben einen Kommentar eingeben. Wenn man der Bibel glaubt, das tue ich, ich nehme die Bibel wörtlich von A bis Z, dann glaubt man ja eben auch an die Schöpfung und nicht an die Evolutionstheorie, dass alles geschöpft wurde. Eine interessante Frage, die Psychologen, Philosophen, Wissenschaftler und so weiter und so weiter seit Jahren versuchen zu beantworten, um ihre Evolutionstheorie zu unterstützen, ist die Frage, wen gab es eigentlich als erstes? Das Huhn oder das Ei? Interessante Frage, ne? Nun, für mich ist die Frage ganz einfach zu beantworten. Gott hat alle Tiere geschaffen mit der Fähigkeit, sich zu reproduzieren. Also hat er erst das Huhn geschaffen, das dann die Möglichkeit hat, Eier zu legen und sich auf die Art und Weise fortzupflanzen. Das Problem ist, dass die psychologische, philosophische und wissenschaftliche Welt bis heute keine schließende Antwort auf diese Frage gefunden hat. Gott gibt uns die Antwort. Ganz kurz und bündig. Und eine andere Sache, die man betrachten sollte, wenn man Evolution gegen Kreation, also Schöpfung stellt, wie hat es dann die Evolution bitte schön geschafft, in allen Arten, die entstanden sind, tierischer und menschlicher Art, von Anfang an zwei komplett unterschiedliche Geschlechtssysteme zu entwerfen, die von Anfang an 100% funktioniert haben. Das wird mich doch mal interessieren, wie die Wissenschaft, wie die Philosophen oder die Psychologen das erklären. Ich habe da bis jetzt noch keine andere Erklärung für gefunden, außer die einzig wahre. Gott hat die Tiere und die Menschen geschaffen, mit der Möglichkeit, sich zu reproduzieren. Und von daher die zwei Geschlechter gleichzeitig geschaffen. Ich kann euch noch 50, 60 weitere solche Fragen stellen und kann sie alle mit der Bibel beantworten, aber nicht mit der wissenschaftlichen Kenntnis. Aber gut, genug abgewichen. Es ist ein ganz anderes Thema, Schöpfung gegen Evolution. Jedenfalls Evolutionstheorie ist nötig, dass der Antichrist sie in die Welt setzt, um dafür zu sorgen, dass wir uns so unglaublich klein und unwichtig in einem riesigen Universum fühlen, wie er das gerne möchte. Der Autor schreibt weiter, wenn dies auf die Heilige Schrift im Allgemeinen zutrifft, also ich lese vielleicht nochmal den letzten Satz vorher, dass wir da wieder reinkommen, je mehr jedoch die Heilige Schrift erforscht wird, je sorgfältiger sie studiert wird, desto mehr tritt ihre Vollkommenheit in Erscheinung. Neuere Schönheiten werden jeden Tag ans Licht gebracht und die Entdeckung der Wissenschaft, die Forschung der Gelehrten und die Arbeit der Ungläubigen wirken alle zusammen, um die wunderbare Harmonie aller Teile sowie die göttliche Schönheit zu veranschaulichen, die das Ganze umgibt. Wenn dies auf die Heilige Schrift im Allgemeinen zutrifft, so gilt es in besonderer Weise für die prophetischen Aussagen. So wie sich das Rad der Vorsehung vorwärts dreht, bekommen die prophetischen Symbole ein immer klareres und schöneres Relief. Dies ist besonders auffällig bei der prophetischen Sprache, die das Fundament und den Eckstein des vorliegenden Werkes bildet. Noch nie hat ein vorurteilsloser Protestant Schwierigkeiten damit gehabt, die Frau, die Zitat auf sieben Bergen sitzt, Ende Zitat, und auf ihrer Stirn den Namen Zitat Geheimnis Babylon die Große, Zitat Ende, trägt, als die römische Abtrünnigkeit zu identifizieren. Zitat Keine andere Stadt der Welt wurde je so wegen ihrer Lage auf sieben Hügeln gefeiert wie die Stadt Rom. Heidnische Dichter und Redner, die nicht daran dachten, die Prophetie zu erläutern, haben sie ebenso als die sieben Hügelstadt charakterisiert. Zitat Ende So beschreibt Wergel sie Zitat Rom ist die schönste Stadt der Welt geworden und hat als einzige für sich sieben Anhöhen mit einer Mauer umgeben. Zitat Ende Nun, vielleicht wisst ihr nicht, wer Wergel ist. Da kann ich euch mal raten, schlagt das nach. Sein Werk Aeneis das schreibt man A-E-N-E-I-S Aeneis Ist zwar ein sehr schwer lesbares Werk, aber eigentlich Pflichtlektüre für dieses Thema, wenn wir uns über Rom und die Gründung von und wo alles herkommt unterhalten. Die Aeneis veraltet Aeneide schreibt man das auch. Das ist aber die veraltete Schreibweise A-N-E-I-D-E Also ich gebrauche eher Aeneis im Platz von Aeneide Ist das von Wergel auf der Grundlage früherer Überlieferungen gestaltete Epos von der Flucht des Aenas aus dem brennenden Troja und seinen Irrfahrten die ihn schließlich nach Latinum führten wo er zum Stammvater der Römer wird. Die Aeneis erzählt also einen gründungsmythischen des römischen Reiches. Das Epos an dem Wergel zwischen 29 vor Christus und seinem Tod 19 vor Christus arbeitete besteht aus 12 Büchern mit insgesamt 10 hexametrischen Versen. Er wird unter anderem auch öfter zitiert von Tapasansi in seinem Werk Rulers of Evil Ihr wisst ja das Buch das ich in englisch im Augenblick auf meinem Kanal lese Und der bekannte Spruch der auf der amerikanischen US Ein-Dollar-Note zurückzufinden ist Anuit Köptis ist auf sein Werk zurückzuführen und hat da seinen Ursprung. Deswegen sollte man solche Dinge mal nachschauen. Jeder spricht über die Ein-Dollar-Note wo da hinten drauf steht Novus Ordo Seclorum Anuit Köptis und hat keine Ahnung wo diese Dinge herkommen. Das geht zurück auf das Schreiben von Wergel aus seinem Aenis Und wenn ihr wollt jemand hat sich die Mühe gemacht das Werk Aenis in YouTube zu lesen aber ich glaube das sind 10 Stunden oder sowas und ich sage euch das ist sehr sehr schwer ich habe da mal reingehört aber sehr sehr schwer. Trotzdem kann ich nur jedem raten zumindest seine Forschung mal in die Richtung ein bisschen auszubreiten weil ihr müsst ja nicht glauben was ich hier erzähle und ihr müsst schon gar nicht glauben was ich hier vorlese aber ihr könnt ja mal das zum Anstoß nehmen eigene Nachforschungen anzustellen und sich selber eine Meinung aufgrund des eigenen Wissens zu bilden weil diese ganzen Dinge die ich inzwischen zwischen Anführungsstrichen weiß habe ich ja auch alle mir erlernen müssen um sie mir selbst zusammenzusuchen und das meiste Wissen oder besser gesagt die größte Weisheit habe ich aus der Bibel gezogen weil der Mensch von sich ist nicht weise der Mensch von sich ist dumm und gewalttätig und nicht gut ich meine Jesus sagt es selber was aus dem Herzen eines Menschen kommt das beschmutzt den Menschen nicht was reingeht in den Körper sondern was raus geht und das kommt aus dem Herzen aber das was aus der Bibel kommt und was dem Menschen durch die Bibel eingegeben wird das ist rein und das ist wahr gut wir lesen weiter der Autor schreibt Propertius bezeichnet sie im gleichen Stil er fügt nur einen weiteren Charakterzug hinzu der das apokalyptische Bild vervollständigt als Zitat die erhabene Stadt auf sieben Hügeln die die ganze Welt regiert Zitat Ende Übrigens weitere Note von mir eben ich bin mir davon bewusst dass es auch andere Städte auf sieben Hügeln gibt und dann werden alle sagen ja aber die Stadt ist das und die Stadt ist das und die Stadt ist das gar nicht sicher dass das Rom ist Leute es gibt nur eine einzige Stadt auf der Welt die gleichzeitig ein Stadtstaat ist und Hauptsitz einer Kirche das ist nur Rom dass sie Zitat die ganze Welt regiert entspricht genau der göttlichen Aussage Zitat welche die Königsherrschaft über die Könige der Erde hat Zitat Ende aus Offenbarung Kapitel 17 Vers 18 Rom als die Stadt der sieben Hügel zu bezeichnen galt unter ihren Bürgern als genauso kennzeichnend wie sie bei ihrem eigenen Namen zu nennen daher erwähnt Horace nur ihre sieben Hügel als er sich an die Zitat Götter die ihre Zuneigung auf die sieben Hügel gerichtet haben Ende Zitat wendet Martial spricht genauso von den Zitat sieben beherrschenden Hügeln Zitat Ende Martial woher kennt man das Marshall in der langen Zeit danach wurde üblicherweise die gleiche Ausdrucksweise verwendet als nämlich Symmachus Präfekt der Stadt und letzter amtierender heidnischer Pontifex Maximus als kaiserlicher Stellvertreter in einem Brief einen seiner Freunde einem anderen vorstellt nennt er ihn Zitat Deceptem Deceptem Montibus Virum Ein Mann von den sieben Hügeln Ende Zitat Wobei er wie die Kommentatoren es interpretieren Zitat Zivim Romanum Ende Zitat meint Zivim Romanum einen römischen Bürger Da nun dieses Merkmal Roms immer schon klar erkennbar und bekannt war konnte man stets einfach aufzeigen dass die Kirche mit ihrem Sitz auf den sieben Hügeln Roms höchst passend Babylon genannt werden kann Schließlich ist diese Stadt zu neutestamentlichen Zeiten der Hauptsitz des Götzendienstes so wie im Alten Testament Babylon der Hauptsitz des Götzendienstes war Aber neuere Entdeckungen in Assyrien die in Zusammenhang mit der früher gut bekannten aber schlecht verstandenen Geschichte und Mythologie der alten Welt gebracht wurde zeigten dass in dem Namen Babylon die Große eine bei weitem größere Bedeutung steckt Es war immer schon bekannt dass das Papsttum getauftes Heidentum war Es war immer schon bekannt dass das Papsttum getauftes Heidentum war Ja bitte wem ist das denn heute noch bekannt dass das Papsttum dass das heidnische römische Reich sich mit dem Mantel des Christentums getauft hat Und damit das Christentum sozusagen übernommen hat Und das Christentum damit beschmutzt hat Und heutzutage wenn die römisch-katholische Kirche sich öffentlich als christliche Kirche da reinstellt das wirkliche Christentum in den Dreck und durch den Schmutz zieht Die römisch-katholische Kirche ist nicht christlich sie ist antichristlich anstatt christlich deswegen heißt der Papst der Pontifex Maximus ja auch Vicarius Philii Dei das so viel heißt wie im griechischen Antichristo anstatt christus nicht nur gegen anti heißt nicht nur gegen anti heißt auch anstelle von Vicarius Philidei heißt anstelle von christus und die römisch-katholische Kirche behauptet ja von sich selber von ihrem Papst dass der Papst Jesus Christus ist verborgen unter einem Mantel von Fleisch es war schon immer bekannt dass das Papsttum getauftes Heidentum war da kann ich dem Autor hier nur zustimmen das stimmt es war immer schon denjenigen bekannt die a ihre Bibel kennen und b ihre Geschichte kennen aber das kennt man ja heute nicht mehr es war heute schon den Menschen nicht mehr bekannt dass das Papsttum getauftes Heidentum war wenn den Leuten das heute bewusst wäre dann würden sie doch ganz anders in der Welt rumlaufen dann würden sie die Welt doch mit ganz anderen Augen sehen das ist genau das Wissen das sie uns heutzutage vorenthalten das ist das Wissen was sie uns in den Geschichtsstunden nicht mehr lehren da geht es nur darum irgendwelche Daten und Namen auswendig zu lernen jetzt kennst du Geschichte ne probier mal die Punkte miteinander zu verbinden es war schon immer bekannt dass das Papsttum getauftes Heiligentum war ein ganz ganz wichtiger Satz den man sich mal auf der Zunge zergehen lassen sollte und wo man mal Nachforschung drüber anstellen sollte ja was ist denn dann überhaupt das wirkliche Christentum wo steht denn überhaupt das wirkliche Christentum für wenn das Papsttum sich nur getauft hat damit doch jetzt geht der Autor schreibt der Autor weiterhin doch jetzt macht Gott offenbar dass dieses von Rom getaufte Heidentum in all seinen wesentlichen Elementen das gleiche Heidentum ist das im alten buchstäblichen Babylon vorherrschte als der Herr von Kiros die Messingtore mit den beiden Flügeln öffnete und die Eisenriegeln zerteilte nun möchte ich mal kurz auf einen Artikel eingehen den ich im Internet gefunden habe und ich gebe euch den Link auch gerne damit bei da lese ich jetzt ein bisschen daraus vor das kommt von der Seite bibeloffenbarung.org und geht über Daniel Kapitel 1 und Vers 21 und geht eigentlich ein bisschen länger drum das ist die kleine Ausführung die ich gerne machen wollte um euch Babylon ein wenig näher zu bringen in Daniel 1 21 lesen wir und Daniel blieb bis zum ersten Jahr des Königs Kiros das erste Jahr des Königs Kiros bedeutete das Ende des babylonischen chaldeischen Reiches 67 Jahre sind vergangen seit Daniel im Jahre 605 vor Christus an den babylonischen Hof kam König Nebuchadnezzar war bereits von der Bildfläche verschwunden und einer seiner Nachfolger König Belshazzar wurde vom König Kiros dem zweiten oder Chores abgelöst Daniel aber war zu dem Zeitpunkt immer noch am Hofe des Königs und hatte immer noch eine hohe Stellung inne noch mal eben eine kleine Bemerkung von mir ich habe gerade eben den Namen des Königs Nebuchadnezzar vorgelesen wer von euch hat den Film Die Matrix gesehen und wer von euch hat den Film wirklich verstanden worum es darum ging dieser Film ist sowas von antichristlich und dieses Fortbewegungsmittel das da gebraucht wird das ist ja U-Boot artig oder Raumschiff artig dieses Teil in dem sie da drin sitzen wie heißt das Ding Nebuchadnezzar benannt nach dem König von Babylon diese Filme sind so voll mit kabbalistischen Mitteilungen ist wirklich mal interessant sich da ein bisschen näher mit zu beschäftigen aber gut dass es heißt Daniel blieb bis zum ersten Jahr des Königs Kiros muss nicht heißen dass er nicht länger lebte oder dass er danach keinen Einfluss mehr am Hofe des Königs hatte viel mehr soll uns mit diesem Vers deutlich gemacht werden dass Daniel während dieser langen und ereignisreichen Zeitperiode des Exils dieses wichtige und hohe Amt inne hatte worauf denn das königliche Edikt zum Wiederaufbau des Tempels in Jerusalem gegeben wurde und da fängt natürlich der ganz wichtige Teil später in Daniel 9 an das königliche Edikt zum Wiederaufbau des Tempels in Jerusalem zu geben 70 Wochen sind bestimmt für dein Volk und deine heilige Stadt Daniel 9 Aber gut wir lesen mal weiter Es gibt zwei Keilschrift Texte aus denen Daniels hohe Position am Hofe Babylons hervorgeht So jetzt werden wir mal eben sehen dass sogar in der materialistischen Welt es ganz deutlich Beweise dafür gibt dass Daniel nicht irgendeine prophetische oder künstliche Märchenfigur der Bibel ist sondern tatsächlich in dieser materialistischen Welt es Beweise für seine Existenz gibt so wie es viele Beweise für die wirkliche Existenz und alle Geschichten der Bibel gibt die natürlich heutzutage unterdrückt werden weil wenn jeder die wüsste oh das geht ja gar nicht dann würden die Leute ja tatsächlich der Bibel glauben und dann würde den Leuten ja manchmal hier und da die Augen übergehen also es gibt zwei Keilschrift Texte aus denen Daniels hohe Position am Hofe Babylons hervorgeht der eine Text ist auf das zweite Jahr des Königs Amel Marduk 562 bis 560 vor Christus datiert der andere zeigt das Antrittsjahr des Königs Neriglissa zwischen 560 und 556 vor Christus beide erwähnen einen gewissen Belzazar der die Position als leitender Beamter des Königs von Babylon inne hatte es ist wahrscheinlich dass diese Person Daniel ist und das kann man zurückverfolgen wenn man William H. Shear Belzazar liest denn Daniel wurde von König Nebuchadnezzar der Name Belzazar gegeben das ist übrigens ganz deutlich in der Bibel vermerkt im Buche Daniel und nicht nur der Name Daniel der hier also der den Namen bekommen hat Belzazar von den Babyloniern sondern eben auch noch seine drei hebräischen Freunde über die ich gerade eben schon mal sprach Schadrach Mischach und Abednego da gehen wir doch jetzt mal eben ein bisschen weiter drauf ein in Daniel 1 Vers 7 lesen wir und der oberste der Hofbeamten gab ihnen Namen und er nannte Daniel Belzazar und Hanania Schadrach und Misael Messach und Asachia Abednego das heißt die original hebräischen Namen dieser Personen die ja durch Babylon gefangen genommen wurden da geht es ja im Grunde drum Babylon hat ja ganz Israel gefangen genommen warum hat Gott das zugelassen Gott hat gesagt ja wenn ihr meint dass ihr den Baal dienen müsst dass ihr für den Baal niederkniet und dass ihr den Baal geopfert anstatt mir dann sollt gefälligst auch in Babylon leben und wie man in der Bibel lesen kann wurde dann halt verfügt von Gott dass sie 70 Jahre in babylonischer gefangenschaft durchbringen mussten und als das nun geschehen war haben hat hier der oberste Hofbeamte diesen vier Hebräern diesen vier Israeliten babylonische Namen gegeben Daniel wurde Belsazar Hanania wurde Shadrach oder Sadrach Misael wurde Mesach und Asachar wurde Abednego Ein Teil des babylonischen Erziehungsprogramms beinhaltete die Änderung der Namen So wie die hebräischen Namen eine Bedeutung haben so haben auch die babylonischen Um eine Verbindung der Namen zu einem hebräischen Gott zu vermeiden ersetzte man sie mit Namen die eine Anspielung auf die babylonischen Götter waren Alle Namensteile mit El für Elohim oder Yahu für Yahuwa wurden entfernt wobei ich sage zu Gott niemals Yahuwa aber das ist wieder eine ganz andere Geschichte ein ganz eigenes Video Nun damit begann der Prozess der Umerziehung der jungen Hebräer in dem jeder Bezug zu Gott Yahuwa oder Gott dem Herrn der Bibel der Hebräer ausgelöscht und die Namen mit babylonischen Göttern ersetzt wurden das muss man erstmal verstehen was passiert denn heute in unserer Welt wo uns die Bibel weggenommen wird wo wir Dinge nur um uns nicht mit der Bibel nur um uns nicht mit dem Wort Gottes zu beschäftigen uns wird doch auch die Nabelschnur die wir mit Gott haben durchtrennt denk da mal drüber nach damit begann mit der Taufe dieser Hebräer mit babylonischen Namen und damit dass man die Namensteile El oder Yahu entfernte damit begann der Prozess der Umerziehung oder Indoktrination oder Public Relations so wie man das im heutigen Neudeutsch Neudeutsch Public Relations ihr wisst schon was ich meine nennt der jungen Hebräer in dem jeder Bezug zu Gott Yahu der Hebräer ausgelöscht und die Namen mit babylonischen Göttern ersetzt wurden Diese Art der Namensänderung war Brauch unter den damaligen Herrschern Es war ein Zeichen der Autorität Autorität und die Kirche setzt ihre Autorität heutzutage genauso wie damals Aber sicherlich sollten sich auch die Hebräer bereits durch die Namensänderung mit der neuen babylonisch heidnischen Welt identifizieren Diese Praxis ist auch heute noch im Nahen Ostensitte zum Beispiel bei einer Konvertierung vom Christentum zum Islam Da nehmen die Leute ja auch neue Namen an Oder wie ich letztens ein Artikel gelesen habe von den Islamisten die so gesagt nach Deutschland kamen um sich Namen angenommen haben Das ist genau dasselbe Prinzip In Teilen Asiens geben sich die Leute selbst neue Namen je nachdem in welchem Stadium oder Lebensabschnitt sie sich in ihrem Leben gerade befinden Der Eintritt in einen katholischen Orden geht ebenfalls mit einer Namensänderung einher Aber auch unter den Hebräern des Alten Testaments ist diese Praxis geläufig So bekam Jakob einen Namen nachdem er mit dem Engel am Fluss Jabok kämpfte Jakob bedeutet Betrüger denn er hatte sich das Erstgeburtsrecht erschwindelt Zitat aus dem ersten Buch Mose Kapitel 32 Vers 28 bis 29 Was ist dein Name Er antwortete Jakob Da sprach er Dein Name soll nicht mehr Jakob sein sondern Israel Denn du hast mit Elohim mit Gott und den Menschen gekämpft und hast gewonnen Ende Zitat Ich rate jedem an seine Bibel zu öffnen und das mal nachzulesen dann wisst ihr zumindest was Israel eigentlich heißt Israel ist nicht das Stück Dreck im Nahen Osten was er als Land euch verkauft wird Israel sind gottes gläubige Menschen Gottes treue bibeltreue Menschen das ist Israel Wenn man die Bibel liest und versteht dann weiß man das aber es wird einem ja heute oder es werden einem ja heute andere Dinge indoktriniert diese große barmherzigkeit jahuas war nur möglich weil jakob von tiefstem herzen seine schwere sünde bereute und sich an seinen erlöser um vergebung und reinigung wendete diese namen die den jungen hebräern gegeben wurden enthielten namen von heidnischen göttern schauen wir uns mal den namen bel zah an der also daniel gegeben wurde bel zah bel man kann davon ausgehen dass der name ursprünglich bel shara usur lautete und so viel bedeutet wie zitat bel schütze sein also des königs leben ende zitat es gibt eine mindermeinung die besagt dass es heißen müsste bel prinz oder auch bel beschütze die gefangene des königs beides ist eher unwahrscheinlich da nicht anzunehmen ist dass einem gefangenen ein solcher name gegeben wurde was auch zahlreiche sklavennamen auf gefundenen tontafeln dokumenten bestätigen bel oder baal bezieht sich auf marduk dem hauptgott der babylon baal wo kommt denn babylon her babylon baal bel oder baal bezieht sich auf marduk dem hauptgott der babylon im alten testament musste gott immer wieder das volk israel vor der baal anbetung warnen denn sie nahmen die gebräuche der heiden an und verehrten deren götter und so lesen wir in jeremia kapitel 7 vers 9 bis 11 zitat meint ihr denn nachdem ihr gestohlen gemordet die ehe gebrochen falsch geschworen dem baal geräuchert habt und anderen göttern nachgelaufen seid die ihr nicht kennt dass ihr dann kommen und vor mein angesicht treten könnt in diesen hause das nach meinem namen benannt ist und sprechen wir sind errettet nur um dann alle diese gräuel weiter zu verüben ist denn dieses haus nach meinem namen benannt in euren augen zu einer räuber höhle geworden ja wahrlich auch ich sehe es so an spricht gott der herr zitat ende aus jeremia was hat jesus denn im neuen testament gesagt zu den pharisäern und schriftgelehrten als er in den tempel ging ihr habt aus meinem tempel eine räuber höhle gemacht nicht wahr so kommen dieselben worte des alten neuen testaments wieder vor nicht wahr das hängt zusammen und das beweist die wahrheit und die akkuratheit des wortes gottes nun über den namen sadrach oder shadrach kann man lesen hier ist man sich nicht sicher wie der name ursprünglich tatsächlich lautet man geht davon aus dass er schudur akku lautet mit der bedeutung auf geheiß akkus akku ist der name des mond gottes mesach oder misach auch hier kann man davon ausgehen dass der persönliche name mit dem mondgott akku in verbindung stand mischa akku heißt wer ist wie akku und abet nego dieser name ist höchst wahrscheinlich von abet nebo abgeleitet nebo oder nabu ist der sohn des marduk und bekannt als der gott der schreibkunst und der weisheit abet nebo heißt so viel wie diener des nabu nun warum sind diese drei personen shadrach shadrach ich muss die aussprache deutsche aussprache lernen shadrach meshach und abet nego warum sind diese drei personen so wichtig in dem buch von daniel gibt es ja die geschichte wo der könig verlangt dass jeder zum gebet wenn die musik erklingt niederkniet und seine goldene statue anbietet und diese drei personen weigern sich und tun das nicht und wenn ihr darüber mehr hören wollt dann schreibt es mir dann lesen wir die geschichte mal und ich werde sie euch gerne erklären ansonsten müsst ihr selbst das buch von daniel einmal lesen eine sehr interessante geschichte und in der heutigen zeit sollten sich die christen davon bewusst werden dass wir alle dazu gerufen sind shadrach meshach und abet nekos zu sein in dem artikel lesen wir weiter dass der plan des klugen königs nebukadneser war der dass die jungen hebräer eines tages als führer personen zurückkehren in ihre heimat jedoch dann babylonisch geprägt und einen dahingehenden einfluss auf die anderen israeliten ausüben würden auf diese weise konnte nebukadnesers reich vergrößert werden und das israelitische volk würde völlig von den babylonian absorbiert werden die hebräer würden sich dann angepasst haben und kulturelle oder religiöse unterschiede wären kaum noch erkennbar denn das ziel war israel muss babylonisch werden so das war damals und was ist heute das ziel die ganze welt muss katholisch werden universal weil katholisch bedeutet nichts anderes als universal und wie die römisch katholische kirche sagt außerhalb ihr außerhalb der römisch katholischen kirche gibt es keine erlösung also muss die ganze welt katholisch werden das ziel war israel musste babylonisch werden das ist doch genau dasselbe und daran sieht man eben wie babylon mit rom zusammenhängt in dem wir heute immer noch leben wir lesen weiter in diesem artikel man beachte wie geschickt nebukadneser dies anstellte wie geschickt stellt denn der antichrist der papst von heute mit den jesuiten das an er steckte die gefangenen nicht ins gefängnis oder in ein arbeitslager das hätte nur ärger und widerstand zur folge gehabt sie wurden wie prinzen behandelt wie wir später noch sehen werden das ist satans werk der boshaftigkeit als gottes gegenspieler agiert er listig wie eine schlange die er ja als die er auch im garten eben dargestellt war was er mit daniel und seinen freunden versuchte macht er heute noch genau so durch die vielen nebukadnesers unserer zeit heute 2015 versucht er die christliche jugend auf die westliche seite zu ziehen in der kindheit und in der jugend ist der charakter auch noch am leichtesten zu beeinflussen auch sie sollen den geist dieser welt in sich aufnehmen sie sollen in allen bereichen des täglichen lebens weltlich denken und handeln in der kindheit und in der jugend ist der charakter am leichtesten zu beeinflussen Leute was machen wir dann heutzutage mit unseren Kindern sobald unsere Frauen das Kind geboren haben so schnell wie möglich zurück an die Arbeit und die Kinder kommen in die Kindertagesstätten und in die Vorschule und wer erzieht die Kinder da wer beeinflusst die Kinder da der Staat und der Staat ist der Kirche hörig und die Kirche ist die römisch katholische Kirche die nicht christlich ist sondern die die Kirche des Antichristen ist ich liebe diesen Artikel wirklich gut geschrieben hätte von mir sein können weil das ist genau das was ich auch schon immer gepredigt habe und was ich in dem Video in Englisch weiss nicht ob ihr das kennt in der Spielliste Nothing but the truth müsst ihr mal nachschauen vor etwas über einem Jahr da ging es um die Externalisation of the Hierarchy also die Externalisation oder die Offenbarung die Offenlegung der Hierarchie von Alice Bailey und der Zusammenhang mit Lucifer's Trust und der United Nations und 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 müsst ihr mal sehen und die 10 satanischen Gebote die aus der UN kommen die wir da besprochen haben die kann ich jetzt nicht alle hier in Deutsch übersetzen schaut euch das Video an wenn ihr Englisch könnt drei Videos habe ich darüber gemacht sehr interessant ich werde sehen ob ich die Links vielleicht hier unten in die Box dieses Videos mit beitue ok aber ich lese nochmal eben schon mal weiter halten wir in Erinnerung in der Kindheit und in der Jugend ist der Charakter am leichtesten zu beeinflussen auch sie sollen den Geist dieser Welt in sich aufnehmen sie sollen in allen Bereichen des täglichen Lebens weltlich denken und handeln und nicht spirituell nicht christlich nicht biblisch nicht basierend auf dem Wort Gottes in fast jedem Kinderzimmer steht ein heiliger Götze aus Plastik und Metall der Fernseher er übt die Erziehung aus die die Eltern oft aufgrund Zeitmangels versäumen TV Television oder wie ich es gerne im Englischen betone Television TV und heute besonders auch das Internet diktieren welche Mode in und welche Musik zu hören ist Wer jedoch Wert darauf legt das Jesus nachzufolgen dem wird eine christliche Rockmusik oder christlich esoterische Musik vorgesetzt In der Schule wird bewusst jeglicher Bezug zu einem Schöpfer verhindert Es wird nach wie vor die Darwinische Lehre der Evolution unterrichtet obwohl die Wissenschaft weiter fortgeschritten ist und zeigt dass diese Theorie Theorie das ist kein Fakt das ist Theorie nicht mehr haltbar ist und weitere Infos hierzu die Unmöglichkeit der Evolution kann man mal lesen wie gesagt ich hab's ja selbst schon kurz angebracht das Huhn und das Ei da können wir ja gerne mal eine Sendung drüber machen schreibt mir wenn ihr das wollt dann mach ich das gerne mal Ironischerweise wird der biblische Gott aber im Fach Religion unterrichtet Liebe Schüler fragt euren Religionslehrer doch mal warum er euch diese Dinge erzählt wenn ihr doch im Biologieunterricht gelernt habt dass es ihn gar nicht gibt Evolution wird als Tatsache in den Schulen gelernt nicht als Theorie während Schöpfung oder intelligentes Design nicht mal als eine Alternative präsentiert wird Tja und diejenigen die Englisch können haben sich vielleicht schon mal die Videos von Kent Hovind in der Hinsicht angeschaut die alten Videos von Kent Hovind wo es geht über Schöpfung gegenüber Evolution kann ich auch sehr empfehlen anzuschauen ansonsten nimmt von Kent Hovind Abstand er ist ein falscher Lehrer Sozial Gesundheits und Sexerziehung oh mein Gott Sexerziehung denkt doch mal an die Sexualisierung heute Genderisierung denkt doch mal daran wie unseren kleinen Kindern schon im Kindergarten beigebracht wird sich auszuziehen an den Geschlechtsteilen anzufassen wie teilweise in den Schulen mit 11-12 Jahren Pornos gezeigt werden im sogenannten Sexualkundeunterricht da habe ich ein paar Videos drüber könnt ihr euch mal erkundigen bei Klagemauer TV könnt ihr da mal schauen und bei mir auf dem Kanal habe ich da auch ein paar Filme drüber Sozial, Gesundheit und Sexerziehung werden wertefrei und ohne jeglichen moralischen Gehalt vermittelt was es aus biblischer Sicht zu einer unmoralischen Erziehung macht die Medien bewerkstelligen den Rest um die Menschen zu einem Volk wie vieler Götter und Götzen zu schaffen ein Volk ohne ihren tatsächlichen Schöpfergott Jahuwah den Gott der Bibel besonders auch Kirchen und Gemeinden passen sich mehr und mehr der Welt an weil man glaubt so den Nichtgläubigen am besten Jesus Christus nahe zu bringen leider ist es jedoch so dass nicht die Christen die Welt beeinflussen sondern umgekehrt die Welt beeinflusst und prägt die Christen hier folgt ein kleiner Artikel aus Topic von 1.2012 das ich mal eben vorlesen werde Christen werden auch über ihren Glauben gezielt und geschickt für ganz bestimmte weltliche Zwecke eingespannt so sollen evangelikale Programme wie zum Beispiel Willow Creek Emerging Church Micha-Initiative ganzheitliche Mission und so weiter das ist die ganze ekumenische Bewegung die aus dem Vatikan 2 Konzil von 1962 bis 65 entstanden ist dazu dienen den biblischen Glauben so zu verändern dass er in ein antichristliches weltumspannendes Gebilde hineinpassen soll gemäß dem Buch Der Griff zur Macht von dem deutschen Theologen Dr. Martin Erdmann sei dieses Programm zur Verführung der Evangelikalen im sogenannten christlichen Abendland von Anfang an sorgfältig organisiert worden die Personen die in zentraler Position dieses Programm Schritt für Schritt umsetzen und noch umsetzen wollen haben sehr bekanntliche christliche Persönlichkeiten Billy Graham Bill Hybels Rick Warren Rick Warren ist von seiner Saddleback Church Saddleback Kirche sehr bekannt und Rick Warren ist der Propagandist dieser neuen Religion wie er sie nennen möchte Chrislam das Zusammenschmelzen von Christentum und dem Islam da habe ich mal für über einem Jahr ein Video gemacht in Englisch zweimal 15 Minuten The Protest is not over oder One World Religion guckt mal es sind 15 Minuten Videos findet ihr auf meinem Kanal sehr interessant wo ich auch über das reingehe und natürlich in Berlin da könnt ihr Deutschen ja mal nachschauen wo sie dieses House of One das Haus des Einen bauen wollen wo Christen zwischen Anführungszeichen Christen also Katholiken Juden und Muslims bitteschön gleichzeitig ihren Gott ehren können gleichzeitig beten können dieses Haus des Einen House of One in Berlin alles in meinem Video von über vor über einem Jahr drin schaut euch das mal an Billy Graham Bill Hybels Rick Warren Bill Bright und so weiter es geht vor allem darum mit modernen Management Methoden moderne Management Methoden so werden die Leute geführt so viele Anhänger wie möglich zu gewinnen wobei diese Personen nicht unbedingt bekehrte Christen sein müssen nö die Hauptaufgabe soll sein Verbesserung der Welt das Evangelium tritt damit zurück das Königreich Gottes werde nicht von ihm selbst aufgerichtet sondern von Menschen im Hier und Jetzt wir brauchen Jesus nicht wir machen das alles selber das ist die Botschaft die Schlüsselfiguren bei diesem Vorhaben seien laut Erdmann jedoch keine Christen sondern eingefleischte Esoteriker die etwas ganz anderes im Sinn haben als ein göttliches Königreich aufzubauen sie arbeiten an einem neuen Zeitalter New Age an einem antichristlichen New Age Rick Warren von der Saddleback Church oder Saddleback Kirche hat jetzt auch einen neuen Plan um so viele Christen wie möglich in ein globales Netzwerk religiös orientierter Sozialarbeiter einzubinden er nennt das den Peace Plan und der Peace Plan steht für Promote Reconciliation Equip Servant Leaders Assist the Poor Care for the Sick and Educate the Next Generation also Promote Reconciliation P heißt Förderung der Versöhnung Equip Servant Leaders steht für Ausbildung oder Anlegen der Diener Servant Leaders also Dienerischer Führer also das Ausbilden oder Ausstatten Dienerischer Führer dafür steht das E PE hatten wir Peace A Assist the Poor Unterstützung der Armen dann C Care for the Sick Pflege für die Kranken und I Educate the Next Generation Erziehung der nächsten Generation P E A C E Peace Peace Plan von Rick Warren der Chrysler in die Welt gesetzt und propagandiert dieser Peace Plan Erdmann legt in seinem Buch dar dass es den Schlüsselfiguren des Umerziehungs- und Verführungsprogramms der weltlichen Evangelikalen im Kern immer nur immer nur um das eine ging und geht einen fundamentalistischen streng biblischen Glauben zu zerstören wenn man heute sich als fundamentalistischer bibelgläubiger Mensch hinstellt wie ich das tue dann ist man ein Terrorist in dieser Welt dies ist die Welt in der wir leben müssen wer ernsthaft Jehua unseren Messias also Jesus Christus nachfolgen möchte hat es wahrlich nicht leicht unser Heiland weiß das und kann sehr gut nachvollziehen wie es seinen Nachfolgern geht denn er hat es selbst durchlebt er ist mit allen unseren Schwächen und Problemen vertraut und so gab er uns eine wunderschöne Verheißung mit auf den Weg wie wir nachlesen können in Johannes 12 Vers 25 Zitat Wer sein Leben liebt der wird es verlieren wer aber sein Leben in dieser Welt hasst wird es zum ewigen Leben bewahren Ende Zitat Daniel und seine drei Freunde am babylonischen Hof ließen sich von König Nebukadnesas Namensänderung nicht beeindrucken diese jungen Männer blieben standhaft sie hörten nie auf in einer durch und durch heidnischen Welt ihren Schöpfergott Jahuwah mit ihren ganzen Herzen zu dienen selbst wenn das für sie den Tod bedeuten sollte und inwieweit es das kann da kann man drüber lernen in einem anderen Kapitel von Daniel wo es darüber geht dass diese dem Feuer überlassen werden sollen und soweit meine Ausschweifung über den König von Kiros der jetzt hier ja eben im Buch in der Einführung des Buches von Babylon nach Rom genannt wurde der Autor des Buches fährt fort dieses neue und unerwartete Licht also dass der Herr von Kiros mit den Messing Toren da die Flügel öffnet die Eisenriegel zerteilte dieses neue und unerwartete Licht sollte auf die eine oder andere Art gerade zu unserer Zeit auf die Kirche des großen Abfalls erscheinen durch diese Ausdrucksweise und die Symbole der Offenbarung haben wir es möglicherweise schon geahnt in den apokalyptischen Visionen sieht Johannes die abgefallene Kirche mit dem Namen in ihrer Stirn geschrieben Babylon die Große zum ersten Mal direkt vor dem über sie hereinbrechenden Gericht so wie wir nachlesen können in Offenbarung 17 Vers 5 wie ich zu Anfang vorgelesen habe was bedeutet es dass dieser Name an ihrer Stirn geschrieben war zeigt das nicht auf natürliche Weise dass kurz bevor das Gericht über sie hereinbricht ihr wahrer Charakter so gründlich entwickelt sein wird dass jeder der Augen zum Sehen hat und das geringste geistliche Unterscheidungsvermögen besitzt durch die sichtbaren Beweise gleichsam erkennen muss wie wunderbar der Titel auf sie zugeschnitten ist den der Geist Gottes ihr verliehen hat man muss man muss nur Augen zum Sehen und Ohren zum Hören haben und muss sie gebrauchen und muss wissen was man sehen muss und was man hören muss basierend auf der Autorität der Bibel dem Wort Gottes und ihr seht was in dieser Welt passiert ihr seht es ihr braucht mich nicht ihr braucht das Buch nicht ihr braucht nur die Bibel aber wenn auf dem Weg dahin die Lehren dieses Buches vielleicht euch darin helfen bitte gerne ihr Gericht eilt nun offensichtlich heran fährt der Autor fort und je näher es kommt desto mehr offenbart die göttliche Vorsehung zusammen mit dem Worte Gottes durch die wachsende Erkenntnis dass Rom tatsächlich das Babylon der Offenbarung ist dass der wesentliche Charakter ihres Systems die großen Gegenstände ihrer Anbetung ihre Feste ihre Lehren und ihre Ordnung ihre Riten und Zeremonien ihre Traditionen füge ich hierzu ihr Priestertum und deren Hierarchie alle aus dem alten Babylon stammen und dass schließlich der Papst selbst wirklich und wahrhaftig in direkter Linie der Stellvertreter Belsazars ist der Stellvertreter Satans auf dieser Erde Vicarius Philidei nicht anstelle von Christus aber anstelle von Satan der Papst ist der Stadthalter der Platzhalter Satans auf dieser Erde er ist der Antichrist in dem Krieg der gegen die dominierenden Anmaßungen Roms geführt wird meinte man zu oft es genüge lediglich ihre anmaßende Prahlerei zu entkräften dass sie die Mutter und Herren aller Kirchen sei die eine katholische Kirche außerhalb derer es kein Heil gäbe wenn es je eine Entschuldigung dafür gab so nachsichtig mit ihr zu verfahren dann hat man dann hat diese nun keine Berechtigung mehr wenn der von mir dargelegte Standpunkt aufrechterhalten werden kann fährt der Autor fort muss man ihr den Namen einer christlichen Kirche insgesamt verweigern denn wenn es eine Kirche Christi war was in jener Nacht versammelt war als der Priesterkönig von Babylon mitten unter seinen tausendmächtigen die Zitat Götter von Gold und Silber von Erz Eisen Holz und Stein Zitat Ende rühmte wie wir in Daniel Kapitel 5 Vers 4 nachlesen können dann hat die Kirche Roms ein Recht auf den Namen einer christlichen Kirche aber auch nur dann für manchen wird dieser Standpunkt zweifellos sehr überraschend sein aber es ist die Absicht dieses Buches ihn darzulegen und der Leser möge dann bitte selbst urteilen ob ich nicht ausreichend Beweise zu seiner Untermauerung liefer damit bin ich zum Ende der Einführung dieses Buches gekommen und ich werde das nächste Mal anfangen das Kapitel 1 des Buches von Babylon nach Rom zu lesen das betitelt ist Kennzeichen der beiden Systeme ich danke euch herzlich fürs Zuhören ich danke euch für euer Feedback ich freue mich auf die Kommentare die kommen und wie gesagt diesen unglaublichen unabsehbaren Erfolg den das erste Video hatte ich hoffe dass wir das in jedem Video so haben dass dieses weite Verbreitung empfindet und bitte 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 teilt das was ich euch hier mitteile in diesem Video teilt es mit euren Freunden Familien Bekannten Verwandten über Facebook über Twitter über was weiß ich nicht welche sozialen Netzwerke ihr alles gebraucht hoch ladet dieses Video hoch auf eurem Kanal auf YouTube ich habe hier keine Copyrights dran in der Bibel steht geschrieben kauft die Wahrheit und verkaufe sie nicht zumindest steht das so im Englischen im Deutschen weiß ich jetzt gar nicht wie das da steht aber im Englischen ist es buy the truth and sell it not meine Wahrheit hier ist frei für jeden zu gebrauchen bitte verbreitet dieses Video so weit wie möglich auf allen möglichen Plattformen denn je mehr Menschen zu dieser Wahrheit gelangen desto mehr Seelen machen wir dem Teufel unmöglich sie zu bekommen und da geht es drum um die Welt in dieser Zeit in den Endtagen aufmerksam zu machen auf dieses teuflische System in das wir alle unschuldig hineingeboren werden aber wo wir früher oder später die Möglichkeit haben das wahre Licht der Welt zu erblicken das wahre Licht das Jesus Christus geschienen hat für uns das wahre Licht das er für uns nachgelassen hat in der Bibel das wir nachlesen können das wir studieren können das wir lernen können das wir wissen nicht nur dass Jesus unser Freund ist sondern dass wir auch ganz klar identifizieren können wer der Antichrist der Antichristus wer unser Feind ist da geht es hauptsächlich drum also danke fürs Zuhören danke fürs Zuschauen bitte verbreitet das bis zum nächsten Mal lasst es euch gut gehen Gott beschütze euch bis zum nächsten Mal auf Wiedersehen Tschüss